Nummer 3 Dieses Gerät hat einen Durchmesser von 6 cm und eine Dicke von 3,5 cm. Dieses Accessoire ist platzsparend und kann dank seiner magnetischen Rückseite an den Ofen oder Kühlschrank gehängt werden. Das Produkt ist sehr langlebig, da es aus rostfreiem Stahl gefertigt ist. Um diesen magnetischen Küchentimer zu verwenden, laden Sie den Timer einfach ganz auf, sogar bis zu 60 Minuten, bevor Sie auf die gewünschte Anzahl von Minuten zurückgehen. Die Bedienung ist mit dem Zifferblatt und dem Zeitmarkierungssystem sehr komfortabel. Der Preis für diesen Artikel kann über den Link in der Beschreibung gefunden werden. Nummer 2 Dieses Modell hat ein schönes Design mit seiner runden Form und schönen Farbe. Sehr praktisch, es ist ein abnehmbares Modell, das am Schnellkochtopf befestigt werden kann. In der Küche können Sie damit die Garzeit Ihrer Gerichte einstellen. Ein Tonsignal zeigt den Beginn des Countdowns an und ein weiteres Signal informiert Sie darüber, dass die Zeit abgelaufen ist. Beachten Sie, dass die Zeit für dieses Gerät in Sekunden gezählt wird. Kaufen Sie dieses Produkt über den Link in der Beschreibung. Nummer 1 Mit diesem Küchentimer sind Sie in der Lage, Ihre Zeit zu verwalten und effizient zu arbeiten. Dieses Gadget ist so einfach zu verwenden, dass jeder es benutzen kann, ob Kind oder Erwachsener. Das Gerät ist für alle Gelegenheiten geeignet. Mit einem einfachen Konzept bietet dieser visuelle analoge Timer einen Countdown von 60 Minuten oder weniger. Wenn die Zeit abgelaufen ist, verschwindet eine rote Scheibe im Uhrzeigersinn. Wenn Sie an diesem Produkt interessiert sind oder den Preis wissen wollen, klicken Sie auf den Link in der Beschreibung. Das Gerät ist für alle Gelegenheiten geeignet.